Guten Morgen, guten Morgen ihr Hübschen und willkommen zum dritten Zwölften. Wir sind heute und morgen in der Schützemondenergie, in der auch die Sonnenfinsternis, der Neumond stattfindet. Das Neumondorakel habe ich euch gestern ja schon mit reingesetzt und wir bekommen heute als Tagesenergie. Drei und zwölf ist die 15 mit dazu und jetzt guckt euch das an. Ich bin schon wieder sehr fasziniert, wieso, weshalb, warum, weil diese Kombination im Grunde genommen den Tenor des Neumondorakels wiedergibt. Weil was ist das? Das ist hier ein Seelenpartner auf der Suche nach dem schnellen Glück. Hier haben wir den Seelenpartner, der mit Humor und Leichtigkeit um die Ecke kommt und auf der Suche nach dem einfachsten Weg und nach dem schnellen Glück ist. Also ich hätte mir das stundenlange Drehen des Neumondorakels mit dem heutigen Tagesimpuls sparen können. Das ist ja wohl ein Knaller, ne? Ich bin schon wieder völlig fasziniert. Ja gut, was soll ich dazu dann doch sagen, ne? Da schieben wir einfach noch eine Karte drauf, ja? Ja doch, ich kann euch noch was dazu sagen. Weil, was sehe ich, ne? Was sehe ich als Bild dazu? Ja, ich habe hier, schaut mal. Danke nochmal, Anke. Habe ich von einer Abonnentin gekriegt. Ja, feiere ich so drauf ab. Bin ich glücklich? Bin ich glücklich? Danke, danke, danke. Ja, aber ich sehe hier halt nicht diesen wunderschönen Engel. Ich sehe hier das Teufelchen, ja? Also das ist, das ist halt eine ganz, ganz, ganz niedrig schwingende Energie, ne? Eine ganz, also das ist so, sich vor Verantwortung drücken. Hm, es ist so, ähm, ja, es ist halt das Neumond-Orakel. Ne? Also wer dazu jetzt sagt, äh, warte mal, und es tiefergehend braucht, guckt sich halt das Neumond-Orakel an, ne? Ja. Ach so, bevor wir jetzt gleich nochmal eine Karte darauf ziehen, ähm, haben mich gestern wieder Anfragen zum Thema Kanalmitgliedschaft erreicht. Ihr wisst aber, ja, ich möchte da nicht so viele Wiederholungsschleifen drehen, deswegen bearbeiten wir das Thema Kanalmitgliedschaft, ja, wer da noch Fragen zu hat, äh, wieder im Anschluss, ne? Jetzt bleiben wir erstmal in der Energie vom Tagesimpuls. Ja. Gucken wir mal, was wir noch an Zusatzinformationen dazu bekommen können. Was, äh, können wir noch dazu bekommen? Okay. Es fließt, ja, ich weiß noch was, ich weiß schon, worauf es jetzt ankommt. Es wird wieder, wie nochmal, ich werde hier nochmal festgenagelt auf das Neumond-Orakel. Ähm, das ist ein Spiegelpartner, ja? Es ist also ein Spiegelpartner in dem Sinne, dass ihr, ähm, mit diesem Partner, der auf der Suche nach Leichtigkeit, nach dem schnellen Glück ist, ja, ähm, wisst, wie stabil ihr mittlerweile in, äh, eurem... Selbstwert seid. Naja. Ja. Wieso, weshalb, warum? Wochenorakel, ne? Ihr wisst ja, dem eigenen Glück im Wege stehen, Selbstsabotage betreiben, ne? Und, äh, für das, wo stehe ich eigentlich? Um diese Frage beantwortet zu kriegen, ne, wird man des Öfteren im, im Außen, ne, in Begegnungen geschickt, ja, wo man das, äh, für sich selbst nochmal feststellen darf. Das ist der Hintergrund. Ja, jetzt sind sie zufrieden. Jetzt kann ich mischen hier. Euer Standing, ja, wie ist es, äh, um... Okay, die letzten Tagesimpulse im Skorpion, ihr wisst, da ging es um die Doppelzüngigkeit, da ging es um innen wie außen, ne? Das ist dann ja immer der Moment, wo ich auf dem Rauchtee rumreite, ne? Innen wie außen. Ähm, das heißt, ihr habt ja innere Bedürfnisse, Sehnsüchte, Wünsche, Werte, Ideale. Und jetzt, äh, könnt ihr in diesem Moment der Begegnung, Neumondorakel, ne, wisst ihr ja, gilt zwei Wochen, ne, für euch selber feststellen, bin ich innen wie außen, ne? Ja, steht ja auch für den Schützemond, ne? Innerhalb der Schützemondenergie. RIP. RIP. Ja. Genau, hier. Ja, das, guckt euch an, ne? Und das ist auch das, was wir im Neumondorakel hatten. Und dann, äh, das ist das Teufelchen, ne? Ich möchte mein Wurzelschakra nicht aufmachen, ne? Ich möchte irdisch nicht ankommen, ja? Aber ich hätte es gern leicht und bequem und wenn diese Situation mich nervt, ne, dann hätte ich gern einen Zufluchtsort. Womit wir wieder bei diesem Spruch vom Neumondorakel wären, ne? Mit dem, ein Erholungsort für steif gewordene Glieder, ja? Weil meine, mein aktueller Partner oder meine Partnerin ist hier total im Stress, ne? Wegen, äh, Kinder und gleichzeitig Arbeiten und, ja, also, ähm, die hat da jetzt nicht mehr so viel Lust und Zeit für Spaß und Freude, ne? Und deswegen frage ich dich, bist du denn allzeit bereit? Ja, also, das ist das, was ich sage. Hier steht zwar dieser wunderschöne Engel, aber ich habe hier so diese Teufelchen-Energie, ja? Darf natürlich jeder selber für sich entscheiden, aber jetzt ist das der Moment, ne, vor Jewel, ja, vom Wendepunkt. Der Wendepunkt kommt erst, logischerweise, wenn ihr nicht mehr die laufende Gummipuppe macht, ne? Und ob man, äh, für welchen Weg ihr euch entscheidet, ne? Für, gut, da mache ich Wurzelschakra auch zu, ne? Lebe in Illusionen und Traumvorstellungen und Wunschvorstellungen, ne? Und mach Gummipuppe, ja? Oder ob ihr sagt, nee, sorry me, also, ich bin aber auf Erden angekommen, ich bin hier inkarniert und möchte irdisch, ja? Meine Sehnsüchte, Wünsche, Ziele, meine Fülle, ja? Erleben können, das, äh, müsst ihr selbst entscheiden, ne? Das müsst ihr selbst entscheiden, ja. Gut, wissen wir auf jeden Fall, womit es, äh, Sonnenfinstern ist, halt, ne? Worum es jetzt so in der restlichen Schützemondphase geht, ne? Nämlich um innere Kraft und Macht und Stärke, dafür steht der Bär ja ansonsten auch. Die, dann, schaut, ne, 15.02.17, die Störche, die Veränderung bringen, ne? Den Wandel, den Wendepunkt bringen. Ja. Wisst ihr Bescheid? Guckt also genau hin, ja? Wozu sollt ihr dienen, ne? Ist das, äh, ist das, äh, Respekt und, äh, Liebe auf Augenhöhe, ne? Mit offenem Wurzelschakra, ja? Ja, öde schleppbar. Oder ist es, ähm, kannst du bitte meine Gummipuppe sein, ne? Es tut mir leid, aber es wird immer wieder dieser, dieser Spruch reingeknallt, ne? Mein Erholungsort für steif gewordene Glieder, ne? Also das, 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 das Teufelchen halt, ja? Ja. Da gilt es jetzt vor Joule, ne? Oder mit Joule, ja, hier im Dezember, ne? In der Schütze-Mond-Zeit drauf zu achten, sich zu entscheiden, ne? An welchem Punkt stehst du, ne? Wie ist es um deinen Selbstwert bestellt? Betreibst du da noch Wochenorakel, Selbstsabotage, ja? Oder, ähm, bist du mittlerweile eine Lichtsäule? Eine Lichtsäule ist oben wie unten, innen wie außen, ne? Ist kristallin, ist klar. Ja. Gut, dann entlasse ich euch jetzt mal und wir hören morgen wieder mit einem Wochenendimpuls und alle, die jetzt noch Fragen zu der Kanalmitgliedschaft haben, die bleiben dran. Dann, dann gucken wir uns das nochmal gemeinsam an. Die Kanalmitgliedschaft. Ach so, warte, ich muss jetzt hier nicht vor versammelter Mannschaft meinen PIN eingeben, ne? Ein Moment. So. Also, hier haben wir, da nehmen wir doch mal das Neumond-Orakel, ne? Hey, viele Grüße hier aus Costa Rica. Das Neumond-Orakel. Wartet, ich mach mal den Ton aus. Ne, ihr macht einen Orakel von mir aus, welches auch immer, ja? Schaut mal. Und dann habt ihr, da stehen, Mitglied werden. Da könnt ihr draufklicken und jetzt könnt ihr da, ne? Mitglied werden. Was habt ihr davon, Kanalmitglied zu werden? Ihr bekommt alle Zusatz-Orakel direkt zugeschickt. Ja, müsst euch also nicht mehr um die Einzelkäufe kümmern, ne? Ihr bekommt zusätzlich zu den Zusatz-Orakeln, die ja alle zur Verfügung stehen, ähm, noch immer Monats-Orakel für alle Elemente dazu. Und ihr könnt natürlich so einfach, wie ihr mit diesem Klick da reingekommen seid, ja? Kommt ihr auch raus. Schaut mal, ne? Wenn ihr auf euer, habt ihr ja hier rechts oben dann immer, ne? Habt ihr ja euren Kanal, ne? Wenn ihr da drauf geht, dann guckt. Dann habt ihr eure Käufe und Mitgliedschaften. Und wenn ihr da draufklickt, ne? Dann könnt ihr die verwalten. Ich hab da keine drin, ne? Doch, ja, hier, guckt mal, ich hab da eine drin. Und dann könnt ihr mit einem Klick, ne? Das genauso wieder beenden, wie ihr reingegangen seid, ja? Es gibt keine Mindestlaufzeiten, kein Nischt. So, und wenn dann, wenn ihr dann, ist auch oft die Frage, wo sind denn jetzt die Videos, ne? Guckt mal, wieder hier oben drauf auf euren Kanal, ne? Und dann habt ihr... Ne, wartet mal. Ich habe keine, das ist das Problem. Mein Kanal. Da. So, ne? Dann geht ihr auf mein Kanal. Und jetzt habt ihr hier Community. Und wenn ihr auf den Community-Tab geht, dann habt ihr dort alle Zusatzorakel aufgelistet und, 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 ne? Hier habt ihr auch nochmal Mitgliedschaften, ja? Wo ihr wirklich nur draufgehen braucht und dann mit einem Klick wieder rausgehen könnt. Bei wem funktioniert das nicht? Bei allen, die Apple haben, ja? Ja, Apple ist ein in sich geschlossenes System. Apple lässt keine Verbindungen nach außen zu, ja? Apple lässt Gelder nicht nach außen fließen. Apple ist nicht so gut im Teilen, ja? Lässt Gelder nur nach innen fließen. Ja, das heißt, alle Apple-Besitzer sind raus. Tut mir leid, kann ich nicht ändern. Das ist halt, ähm, Apple ist nicht auf, connecte dich mit der Welt, ja? Apple ist auf, connecte dich mit uns. Ist so. So, dann, alle anderen, die irgendein Android-System haben, ja? Handy, Tablet, PC, was auch immer, bei denen das nicht so aussieht, bin ich nicht Ansprechpartner für. Wieso, weshalb, warum nicht? Weil ich halt einfach kein PC-Spezialist bin, ja? Ich weiß dann nicht, was habt ihr für eine Version auf eurem PC, Laptop, Tablet, Handy, ja? Da müsst ihr euch dann bitte an den YouTube-Support wenden, ja? Weil die wissen dann, ne, ob ihr eine Aktualisierung braucht oder ob ihr einfach nur, äh, falsche Ansicht habt, ne? Das weiß ich alles nicht, ja? Weil ich sitze nicht zu Hause vor eurem PC. Da habe ich keine Ahnung von und die muss ich auch nicht haben, ja? Ich, äh, ich bin Channel-Medium und kein PC-Spezialist, okay? Gut. Ich denke, jetzt habe ich nochmal alle Fragen zur Kanal-Mitgliedschaft beantwortet, habe euch auch nochmal den Weg gezeigt, wie ihr Mitglied werdet, wie ihr die Mitgliedschaft verlasst und auch wie ihr an die Videos kommt, äh, würde ich sagen, bin ich raus, ne? Bin ich raus? Und dann hören wir morgen mit einem Wochenendpuls. Bis dann. Show on.